Kim Virginia Hartung, 28, und 24 Tim, 23, die Gefühle fliegen nur so. In einem Instagram-Q&A hat die ehemalige Versucherin von Temptation Island auf die Frage, ob sie gerade verliebt sei, klipp und klar mit Ja geantwortet. Offiziell sind sie und Tim noch nicht zusammen, aber Kim hat deutlich gemacht, wir sind auf dem besten Weg. Es ist schon eine Weile her, seit sie in Team miteinander waren. Ich habe Tim jetzt eine Weile nicht gesehen, erklärte die Mannheimerin. Aber Tim ist offenbar nicht der einzige Mann, der Kim interessiert. Für Jason Momoa, 44, und Antonio Banderas, 63, würde ich vielleicht sogar eine Beziehung eingehen. Am Ende des Tages macht der Charakter einen Menschen schön und anziehend für mich, aber rein optisch sind das meine Traummänner, verriet die ehemalige Teilnehmerin von A. You The One Reality Stars in Love in einem anderen Beitrag. Kim und Tim haben sich im diesjährigen Dschungelcamp kennengelernt und sogar geküsst. Danach haben sie gesagt, dass sie weiterhin Zeit miteinander verbringen werden. An Karneval wurden die beiden dann beim Knutschen erwischt. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich finde ihn sexy. Er ist seit langem mal wieder jemand, den ich vom Charakter her verliebe, verriet die 28-Jährige wenig später im Interview mit RTL.